Es waren sehr, sehr viele geile Typen dabei, aber so richtig als Hanno schon, Hanno Behrens, mit ihm habe ich auch die Zeit in Darmstadt eben sehr genossen und Hanno ist so für mich, der hat den Klub gelebt und für mich ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Wir sind auch heute noch sehr oft im Kontakt oder treffen uns, wenn er in Nürnberg ist, deswegen würde ich sagen, Hanno, bis der Walle irgendwann mal weg ist.